Guten Morgen, willkommen bei FIT4Live. Wir sprechen heute über ein großes Projekt, das in diesen Wochen in Regensburg entsteht und für die gesamte Region von Bedeutung sein wird. Das neue Zentrum für Altersmedizin beim Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Wir sprechen darüber heute mit Professor Cornel Sieber. Er ist der künftige Leiter dieses Zentrums. Seit drei Jahren ist er in Regensburg, ist hier Chefarzt der Klinik für Allgemeine Intermedizin und Geriatrie, hat auch einen Lehrstuhl zum Thema an der Universität in Erlangen-Nürnberg. Professor Sieber, ein Zentrum für Altersmedizin. Was kennzeichnet diese Medizin? Worauf kommt es dabei an? In der Altersmedizin betreuen wir ja Menschen, die praktisch immer mehrere Krankheiten haben. Und eben diese vielen Krankheiten, die parallel sind, häufig sind das ja auch chronische Krankheiten, wie eine Arthrose, ein hoher Blutdruck, eine Rhythmusstörung, eine Zuckerkrankheit, um einige zu nennen, denn auf diese hinaufpropft sich irgendetwas Akutes. Das ist der Grund, weshalb der Hausarzt sagt, Sie müssen zu den Brüdern, wie ich ja gelernt habe. Man sagt ja gar, am Bahnhof, wenn ich ein Taxi nahm früher, als ich da noch in Verhandlung war, habe ich einfach nur noch sagen müssen, fahren Sie mich zu den Brüdern. Und wir versuchen dann, dieses akute Problem zu behandeln, aber wir müssen ja schauen, wie bettet sich dies in diese vielen chronischen anderen Krankheiten ein. Und das ist eigentlich das Kerngebiet des Altersmediziners. Das macht der Altersmediziner natürlich nicht alleine. Sie haben erwähnt, das ist ein sehr grosses Krankenhaus der Höchstleistungsstufe. Also wir brauchen als Altersmediziner natürlich genau auch die anderen Fachlichkeiten. Aber wir haben eben zusätzlich den Ansatz, dass wir vorab suchen, diese Funktionalität des alten Menschen zu wiederherzustellen. Manchmal kann man es sogar verbessern. Und das machen wir aber nicht alleine. Dazu benutzen wir ein Team. Aber ich nehme an, da kommen wir später noch etwas detailliert. Wir beten noch dazu, wenn man sich das Überleben dann wirklich lebendig vorstellt. Professor, es ist immer wieder gesagt worden, dieses Projekt ist ein Leuchtturmprojekt. Was leuchtet da? Regensburg liegt zwar nicht da mehr, aber in der Donau, ich bin Basler, da ist der Rhein. Aber wir hoffen schon, dass wir etwas leuchten können. Und das Leuchtende daran wäre, dass ein Nukleus ein wichtiger Teil wäre für die Versorgung betagter und hochbetagter Menschen. Nicht nur jetzt im Krankenhaus, sondern eben in der Region. Und das wäre eben der Leuchtturm, von dem wir heraus versuchen zu strahlen. Dann entzünden wir jetzt das Leuchtfeuer und schauen uns diesen Leuchtturm gleich näher an. Fit4Life. Wissen, worauf es ankommt. Ihr gesunder Start ins Wochenende. Immer samstags ab 11 auf Charivari. Nächstes Jahr, im Januar, soll das neue Zentrum für Altersmedizin in Regensburg in Betrieb gehen. Die Leitung hat Professor Cornel Sieber. Er ist heute bei uns in Fit4Life. Professor Sieber, wenn Sie Ihren Studenten erklären, worauf es bei der Altersmedizin ankommt, dann haben Sie vorhin schon gesagt, es ist ganz wichtig, dass ein Team hier arbeitet. Und es geht im Wesentlichen auch nicht primär ums Überleben, sondern es geht um die Lebensqualität, die Medizin hier schaffen muss. Können Sie uns das erklären? Es ist nicht so, dass ältere Menschen nicht sagen, ich würde gerne noch, eigentlich mir gefällt es soweit. Aber die werden im Gegensatz zu Jungen das immer relativ rasch sagen mit dem Aber. Aber das bedeutet für mich, dass ich eben noch soziale Teilhabe habe, dass ich noch möglichst selbstständig bin und so weiter. Und dass die jungen Kolleginnen und Kollegen auch lernen, dass wir all dies nicht umsetzen könnten, wenn wir nicht in einem multiprofessionellen Team arbeiten würden. Was bedeutet dies? Bei uns ist es neben den Ärztinnen und Ärzten die ganze Pflege, die Physiotherapie, die Ergotherapie, die Logopädie. Also das wäre für wenige, wenn man ein Sprachproblem hat. Die Psychologie ist bei uns sehr wichtig. Dann ist bei uns der Sozialdienst eine ganz, ganz wichtige Grösse. Also wie ist die Verbindung von drinnen wieder nach draussen? Was geht zu Hause? Was müssen wir da arrangieren? Und natürlich bei uns auch ganz wichtig, wie es sich hoffentlich auch gehört für die Barmherzigenbrüte, ist natürlich die Seelsorge. Die Seelsorge ist bei uns auch ein ganz wichtiger und schöner Teil. Also Sie sehen, es ist ein richtiger Teamansatz. In diesem Zentrum wird dieses Team dann auch lokal angesiedelt sein. Das heißt, die sind dann tatsächlich buchstäblich alle unter einem Dach? Die sind unter einem Dach. Das ist auch ganz wichtig, dass die zusammenwachsen. Also wenn man das einmal erlebt, wie so ein geriatrisches Team zusammenarbeitet, dann merkt man, wenn das gut funktioniert, wie wirklich der Patient dann in seiner Gesamtheit erfasst wird. Das müssen wir übrigens auch, bis hin zu Fragen, was wir anbieten in einem Zentrum, bis zu Fragen schlussendlich sogar der Abrechnung, muss man heutzutage sagen, haben wir regelmässige Teamsitzungen, wo man genau schaut, was ist schon wie weit, wo müssen wir noch nachholen. Vielleicht müssen wir nachbessern, auch mal mit den Zielen. Das und das ist nicht mehr ganz erreichbar. Also es ist auch hier wieder sehr viel Austausch notwendig und wichtig. Wir alle wollen lange leben und natürlich auch gesund sein im Alter. Professor Sieber, Sie sind Altersmediziner. Worauf kommt es denn nun wirklich an? Gibt es vielleicht sogar ein Wundermittel, um gesund alt zu werden? Es sind eigentlich global immer drei Faktoren, die Langlebigkeit garantieren. Über alle Kulturen. Es ist halt so, eine ausgewogene Ernährung. Es ist eine regelmässige körperliche Aktivität. Und das dritte, was häufig etwas unterschätzt wird, sind Sozialkontakte. Und jetzt kann man sagen, ja, jetzt kommt der schon wieder, das hätten wir auch schon gewusst. Es ist schon, zum Beispiel die Ernährung. Wenn Sie 80-jährig sind, müssen Sie nicht meinen, Sie müssen jetzt mit einer völlig neuen Ernährung beginnen. Aber es gibt Dinge, die tendenziell ältere Menschen weniger zu sich nehmen. Das sind Eiweisse. Eiweisse ist wichtig. Das muss nicht Fleisch sein. Das darf aber auch mal Fleisch sein. Weshalb ist das wichtig? Der ältere Mensch, wenn er nicht ausgewogen ist, und auch sonst hat er schon sowieso die Tendenz, nimmt Muskelmasse ab. Das sehen Sie gar nicht an Ihrem Körpergewicht, weil der Muskel, der abnimmt, Wert durch Fett ersetzt. Und natürlich ohne Muskulatur keine Funktionalität. Wir kommen wieder zu diesem wichtigen Aspekt. Man hört ja dann bei Gelegenheit immer wieder was von steinalten Japanern, die irgendwie nur Sushi essen und jeden Tag einen Reisschnaps trinken. Gibt es solche Wundermittel eigentlich? Nein. Oder ist es nur Lebensfreude? Das ist ja gerade Yokinawa. Das sind die Yokinawas. Die haben zwei Dinge. Das eine ist eben, die ernähren sich natürlich vorab von viel mehr Fischprodukten. Auch Gemüse, so Seetang. Die machen Qigong. Die bewegen sich und die machen sehr viel Sozialkontakt. Die treffen sich zum Spiel, haben mich mit denen etwas befasst, weil wir halt Ernährung machen im Forschungsbereich. Und was ganz wichtig ist bei denen, die haben das sogenannte Harihachi-Pu. Was bedeutet das so ab 55 Jahren? Sagen die, ich esse immer etwa 80 Prozent, bis ich ganz voll bin. Okay. Also was ich gelernt habe als Zugereister in Bayern, sagt man ja manchmal, möchten Sie noch einen Nachschlag. Also der Nachschlag ist kein guter Schlag. Also das machen die. Aber sie haben ja, Spiegel der letzten Woche war ich gerade über 100-Jährige und hochbetagt. Es gibt ja in Sardinien vor allem, da werden vor allem die Männer praktisch gleich alt wie die Frauen. Man nimmt nicht einmal an, dass es die Gene sind. Also es geht eigentlich überall. Es geht überall, das heisst, es geht auch bei uns. Und jetzt gerade mit Blick aufs Mittagessen, wir erinnern uns Harihachi-Pu. Der Nachschlag ist kein guter Schlag. Einmal guten Appetit. Na dann, Mahlzeit. Am größten Krankenhaus der Oberpfalz bei den barmherzigen Brüdern in Regensburg entsteht das neue Zentrum für Altersmedizin. Am 1. Januar wird es in Betrieb gehen. Die große Baustelle an der Prüfüdinger Straße ist nicht zu übersehen. Wir haben in dieser Stunde ein bisschen hineingeschaut in das dann schon fertige Gebäude, um rauszukriegen, worum es denn bei der Altersmedizin geht. Sie haben einmal ein schönes Bild gewählt, Professor Sieber. Sie haben Ihre Arbeit mal als die eines Reiseleiters oder Reisebegleiters beschrieben. Was haben Sie damit geweint? Ich versuche mit dem Team, mit diesen vielen Krankheiten zu schauen, was ist möglich. Wenn ich die Patienten frage, was sie von mir erwarten, dann würden Sie ja meistens sagen, ich möchte zurück in dieses Umfeld, wo ich war. Und der Reisebegleiter bedeutet, dass er die Hilfe, diese Wegstrecke zu planen, zu gestalten, auch mal da zu sein, wenn etwas nicht ganz so läuft, Flug überbucht. Ich weiss, weil wir häufig haben ja auch etwas Bettenmangel im Moment. Das wird dann hoffentlich besser werden. Und aber eben, wenn jetzt ein 85-Jähriger kommt und er hat eine schwere Arthrose der Hüfte und sagt, er möchte auf den Kilimanjaro im nächsten Frühjahr, dann müsste ich als Reisebegleiter halt auch sagen, und ich glaube, das ist ein Ziel, das ich Ihnen nicht empfehlen würde. Wenn er aber sagt, er möchte in die Schweiz in den Urlaub oder nach Südtirol, um nicht zu fest für die Schweiz zu sprechen, dann würde ich sagen, das werden wir zusammen erreichen. Und dazu bräuchte es dies, dies und dies. Bedeutet aber auch, dass er gewisse Dinge weglässt. Okay. Das ist, glaube ich, auch eine grosse Aufgabe für uns zu sagen, schon in der Diagnostik, also in der Abklärung, was bedeutet die Abklärung, wenn das, das und das herauskommt. Und was habe ich dann in dieser Gesamtkonstellation dieses betagten Menschen ihm für Optionen anzubieten, um die ihm auch schon zu nennen. Sie merken daran, ich glaube, das ist auch ein Spezifikum, die Altersmedizin ist diskussionsaufwendig und damit auch zeitaufwendig und betrifft ja häufig nicht nur diesen Menschen alleine, sondern auch sehr, sehr stark sein soziales Umfeld. Das macht es übrigens auch schön. Da wünsche ich mir dem Projekt viel Erfolg und Ihnen, dass Sie sich die Leidenschaft für Ihr Thema bewahren, denn das, denke ich, hört man wirklich raus und spürt man. Ich glaube, die Chance, dass das bleibt, ist recht hoch. Alles Gute, toll, toll, toll für Ihre Arbeit. Vielen Dank.